Guten Abend im Filmmuseum Frankfurt zu meiner carte blanche. Heute Abend gibt es der Untertan nach dem Roman des verehrungswürdigen Heinrich Mann in der Regie von Wolfgang Staute. Diesen Film habe ich so mit 13, 14 in einer Film AG an meinem Gymnasium gesehen. Ich bin sonst als 12-, 13-Jähriger eher in, sagen wir mal, Bud Spencer, Terence Hill oder nein, ja, doch, Louis de Funès-Filme gegangen am Kudamm, als es noch viele Kinos am Kudamm gab, aber das nur nebenbei. Und dieser Lehrer, der sich da engagiert gezeigt hatte und diese Film AG gegründet hatte, zeigte uns als ersten Film M von Fritz Lang, dann Metropolis von Fritz Lang und als dritten Film diesen Untertan eben. Komischerweise, es wird ja noch einen vierten, fünften, sechsten gegeben, die habe ich alle vergessen, aber die ersten drei habe ich behalten. Und der Film hat mich damals in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Erstens war es sozusagen das erste Mal, dass ich so etwas wie Filmkunst zu sehen bekam. Sowas habe ich ansonsten eben nicht so mir angeguckt als Präpubertär. Und dann gab es eben diesen Untertan. Und ich dachte, Donnerwetter, so geht es auch. Der Film ist großartig scharf, satirisch, direkt von enormer Klasse der schauspielerischen Leistung, Werner Peters, der sonst in den 15er, 60er Jahren in ganz vielen Filmen immer so zwielichtiger, halbseidiger Nebenfiguren gespielt hatte oder hat, spielt da eben die absolute Hauptrolle, diesen Untertan. Wahrlich auch kein Sympathieträger, ein Opportunist, ein Idealbürger einer Diktatur oder eines totalitären Staates, der es sich quasi in jedem System gemütlich bei den Mächtigen macht, egal wie die sind. Das spielt er ganz herausragend gut. Der Film wurde mit der DEFA produziert und 1951. Und das hat natürlich in der Bundesrepublik damals für extreme Gegenreaktionen gesorgt. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber damals hieß es, Mensch, der Staute setzt sich da ins Nest mit den DDR-Obersten und ja, also es gab heftige Gegenreaktionen. Ja, warum eigentlich der Untertan? Ich glaube, ich habe mich daran erinnert, wie ich den, das war für mich doch ein sehr prägendes Erlebnis. Ich hätte natürlich andere deutsche Filme von Großmeistern, wie sie alle heißen, wenn das Schlöndorf, Herzog und Co. oder jetzt noch aus den letzten zehn Jahren raussuchen können, das ist ja klar. Da gibt es ja viele, viele Meisterwerke. Aber mir ist der Untertan eingefallen, vielleicht auch deswegen, weil er mich eben als jungen Menschen so als einer der ersten Filme überhaupt als eine Art von Filmkunstwerk angesprochen hat. Und eben nicht so als das Popcornkino, was ich sonst davor als Kind oder so in dem jugendlichen Alter gesehen habe. Und deswegen gibt es also heute den Untertan. Ich hoffe, er beeindruckt Sie genauso wie er mich mit 14 und dann 30 Jahre später, als ich ihn noch ein zweites Mal gesehen habe. Viel Vergnügen!